Ja, hallo Leute, willkommen zur 116. Folge von Let's Play Minecraft together! Mit dem... Hypergun! Und dem... Cynox! C! Ähm, die haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, ähm... Bist ein bisschen leise. Ich? Meinst du? Geht okay, oder? Nee, du bist immer noch leise. Moment. Äh, Aufnahmegeräte. Eigenschaften, Pegel. Besser? Ja, besser. Ja, es kommt davon, wenn ich so ins Mikro rein prolle. Ich muss mich mal kurz umsetzen! Achtung, warte, ich mute mich kurz. Du mutest dich! Nein! So! Ja, ich hab grad mal... Ja, das sind so Pegeln, so. Ich hab grad mal das Mikro ein bisschen umgesetzt. Das müsste man eigentlich hören, wenn man was hinhört, ne? Ja, könnte man so sagen. Perfekt! Zack! Revel! Die haben sich, fragen sich bestimmt, wort ist das teilweise so laut hinter mir? Ja, das kann sein, dass ich mein Fenster auf hab und es regne grad so ein bisschen bei uns hier. Ja. Also, ich hab das da ausgemacht. Ah, der war gut. Meinst du? Ja, ne, nicht wirklich. Man hört's natürlich auch mal klicken, das tut mir leid, wenn man das hört, wenn ich das noch rausgefiltert habe irgendwie. Alter Schwede! Aber das werden wir ja dann sehen. Jetzt hab ich die Scheiße hier ausbaden, die Raffi mal gemacht hat. Ganz toll. Ja, ja, ja. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Sag Tommi mal, dass wir in der neuen Folge sind. Schreib dem das mal kurz. Oh, warte, der kann uns ja hören. Folge, äh, Folge, wir sind in Tommi 91. Mhm. Genau. So, alle, die sich jetzt fragen, was ich hier mache. Da ist Tommi weg. Oder Robin. Ja, was denn? Ah, okay. Ah, er kriegt immer wieder kein Internet. Ah! Hoffen wir mal, dass das alles so klappt mit der Monsterfalle. Bin mal raus für ca. 5 Minuten. Jule! Bis später. Ich hoffe echt, dass das klappt mit der Monsterfalle. Sonst, ähm, müsste ich die dann irgendwie so bauen, dass sie nach was aussieht. Aber noch nicht wirklich was bringt. Ja. Boah, schon wieder Regen. Ja, wir müssen gleich mal schlafen. Wenn man schläft, dann geht es ja auch weg. Ja. Ja, normal ja. Aber wir haben noch keine Nacht, oder? Ja, noch nicht. Aber gleich müssen wir schlafen. Ja. Ja, es ist immer, wenn man so ein paar Nächte durch macht. Naja. 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 Watt soll's. Richtig. So, ich hab jetzt den Eingang schon mal so ein bisschen hier Sand ausgelöst. Ähm. Hast du hier Zeit aufgeschrieben, oder soll ich das machen? Äh. Also ich hab auch schon aufgeschrieben. Ich guck das am Ende, wenn ich das schneide, guck ich das, wer, wann oder wo. Ja, ungefähr mein ich. Ungefähr. Ungefähr. 21, 32, oder so. Ich hab jetzt so ungefähr, weiß dann, kann ich immer 30 Sekunden zurück. Ja, und dann waren wir auch wieder anfangen, ja meinst du. Ja, dafür hab ich ja wieder mit meinem 3,2 und seinem Anfang. Boah, das ist ein Regen, ne? Ja. Ja, er muss mich erstmal pennen. Ja, ja, ich hab's ja auch mal ausgespielt. Ja, ich hab den generell aus irgendwie, ich hab keinen Niederschlag. Keine Ahnung. Ja, ich hab's ja auch hier. Ja, ich hab's ja auch hier übrigens, die Katze. Katzenberger. Ja, 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 ja. Ja, wir müssen echt, echt bald mal angeln, äh, um die zu zähmen. Das wäre echt cool, ja, das stimmt. Ja, weil dann bleiben uns auch die Creeper vom Hals. Das wäre noch besser. Mhm. Zack. Ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen, aber nicht besprochen. Und zwar, das Thema YouTube, Google+, bald ohne. Und zwar nicht Google+, bald ohne YouTube, sondern YouTube bald ohne Google+, obwohl es aufs selbe hinaus kommt. Genau, würde ich auch so sagen. Ja, ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen. Robin war der, oder ist der, der da wahrscheinlich etwas mehr informiert ist. Es geht, sagen wir mal so. Ich war gerade dabei, als ich eben gegessen habe, beziehungsweise dich angerufen habe, ein Video von Gympanze zu gucken. Ähm, der das da... Gympanze Gamer, mich gibt's auf YouTube, Google+, Twitch und Facebook. Die, beziehungsweise, dass der, wo der das erklären wollte, aber ich habe das Video jetzt bis jetzt noch nicht ganz zu Ende geguckt. Aber er meinte, dass das irgendwie so ein... Ja, dass Google das machen wird, beziehungsweise so Art, ja, Video machen wird, oder YouTube, wo man dann erstmal weiß, ähm, was man überhaupt am Internet empfängt, für YouTube jetzt für die Videos zu gucken, und so weiter. Und was da jetzt genauso weiter abgeht, müsste ich mir das Video erstmal ganz angucken. Ich gucke mir das nachher mal ganz an, dann kann ich euch ja informieren, in der nächsten Aufnahme. Sieh. Ähm, so, wer war die Video? So, nochmal, hier kurz Fackeln. Fackeln, ich nicht lang. Einmal... Warte. Ah, werden so behindert die Kisten gebaut. Werden die Kisten hier aufgebaut, du? Äh, ja. Raffi? Genau. Nein, wir haben nur ein Eisentor. Wohin ist das... Schlimmisch ist, glaube ich, nicht. Wir müssten dann nur... Ah, da war es scheiße. Gut, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nur eine Werkbank ist, warum auch immer, draußen. Wenn wir jetzt hier in eine Ecke gestellt. Zack, eine Holztür. So, ich hab hier extra mein Laub dabei. Du hast ja eben so schön die Monsterfalle angesprochen, womit du eigentlich die Erntemaschine meinst. Ja. Wie sieht's denn aus mit einer echten Monsterfalle? Ja. Äh, vielleicht werden sich ein paar entsinnen. Wir haben, äh, in einigen Höhlen ja schon einen Spawner entdeckt. Und bei diesen bin ich, ähm, ja, jetzt soweit. Ich würde sagen, bald könnte man mal anfangen irgendwann. Das hört sich gut an. Ja, denn ich habe, ähm, mich schon mal so ein bisschen informiert. Ja, das ist gut. Und, ja, 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 ja. Das finde ich gut, dass du dich informierst. Ja. Also ich habe mal das versucht, auf einer Singleplayer-Welt auch so eine Monsterfalle wirklich so gronkartig nachzubauen. Und ich bin echt, habe echt versagt. Also, äh, definitiv ging da nix. Definitiv, definitiv nein. Ja. Das war nicht meine Wellenlänge, weil ich nicht wusste, wie und wo. Und weil bei mir sind die Monster gar nicht gespawnt und so weiter und so fort. Ich hatte das auch mit Dings gespielt, mit, ähm, Too Many Items und dann so ein Spawner dahin gesetzt. Ich weiß natürlich, ob dann da durch nix mehr da spawnt. Das kann natürlich sein. Aber das ist nicht meine Wellenlänge gewesen. Ah, jetzt war wichtig. Mach. Oder? Okay, das ist, äh, definitiv komisch mit diesen Bäumen hier. Ich werde diese mal kurz eliminieren und neue pflanzen. Zack. Wir brauchen eh Holz. Äh, Tommy schreibt mir so eben in WhatsApp, dass es nochmal fünf Minuten werden, die er nicht da ist. Okay, und lass mal kurz schlafen, würde ich sagen. Ja, Sekunde bitte. Äh, nein, nein. Hier, oder? Dschungel. Nein. Nein, nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Doch. Nein, doch. Nein, nein, nein. Warte mal kurz. Nein, oder? Auchsäge uns, nein. Ich habe mal was zu trinken. Ich habe einen extra mal gemacht. Was geholt hier. Mhm. So, also wenn ich nur kann man. Kurz hier eine Monsterfalle vorbei. Okay. Ja, da hast du schon wieder Monsterfalle gesagt. Ja, ich sage immer Monsterfalle, das mit. Ja, nein, 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 schon klar. Ja. 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 Du trinkst aus der Frosche, ja? Aus der Frosche? Aus der Frosche. Ich habe Frosche. Ich habe Frosche verstanden. Zack. 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 So, ich habe nur einen Fall. So, unser kleines Schachfeld hier. Achso, meinst du, die Baumform? Ja. Schachfeld. So, hol doch mal kleines Schachfeld. Wo kommen die, oder? Willst du das im Lagerhaus, oder? Nee, unten. Äh, die sind Kobbelkiste, links daneben sind Holz und daneben ist ein Kleines. Warum auch immer. Ah, okay. Kannst du mir bitte zwei, äh, Saplings von hellen Bäumen mitbringen und bei uns? Hellen Bäumen? Wo haben wir denn Saplings nochmal? Äh, du kommst runter, rechte Seite oder irgendwo. Und was war der da? Äh, Bones und Bomeel. Knochen. Hellen Bäumen, Tropenbaum haben wir nur. Und einen Birken. Ja, Birken. Birken, einen. Einen, ja. Scheiße. Knochen, ja, müssten wir hier hin. Ja, da so. Obwohl, ja, dann lass, lass, brauche ich nicht. Auch keine Knochen? Mm-mm. Okay. Fokke, nur noch mal Fokke rum. Scheiße, nur noch mal dringend. Äh, zack. Zack. Das ist nur noch die Fokke, nicht Idiot. Äh. Hm? Ich gucke nach unten. So, da. Äh. 52 Fokke, die dürften wohl erst mal reichen. Äh. Jetzt lass mir überliegen, 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 oh Gott. Äh. Werden gerade geschrieben. Ähm. Moment, Robin, ich lege mal kurz auf und rufe dich und Tommy nochmal gerade an, ja? Ja. Da hat jemand aufgelegt. Nein. Jetzt ruft der will, der will, der will an. Wer ruft den jetzt hier an? Ich glaub's ja nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so komisch, oh hier. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte das hier noch ein bisschen weitermachen, so. Genau. Äh, schreiben. Hopp. Perfekt. Ah, Tommy. Ah, guten Tag. Ich hoffe nicht, ich glaube, es ist mir. Hoffe ich auch. Für dich. Äh, so. So, dann mach ich jetzt einfach mal künstlich nennen. Wirklich, künstlich, ich baue ihn selber. Wie behindert man sein muss, dass man einen Baum selber baut? Tja. Tja. Äh. Äh. Jetzt stehe ich hier gerade wie so ein Dover und weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Äh, du wolltest mir zwei Zäune geben. Zwei Zäune, die kann ich dir noch geben, ich hab vier Stück. Perfekt. So ist das, wusste ich. Ja. Willst du die haben, oder soll ich sie dir so irgendwo hinpflanzen? Du stehst davor, wo du sehen soll. Gut, jetzt hab ich mir schon gedacht, dass ich davor stehe. Na, mal gucken, ob die Bäume realistisch sind. Die ich hier bauen werde. Zack, zack, an den Ecken kommt bei mir immer irgendwie einer weg. Das sieht so irgendwie scheiße aus, finde ich. Zack. Er hat jetzt geschrieben. Oh. Ja, ähm, der wird jetzt gerne zurückschreiben. Äh, oh. Mach doch. Ja, ich hasse das aber irgendwie während der Aufnahme, ey. You don't know? Ja, gut. Äh, zack, 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 zack. tschö ähm muss ich mir kurz überlegen mhm 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 wer wird schreibt mir jetzt hier ich starte mal neu jo macht das ach so ach so nein hab ich natürlich nicht wow wow meine maus spackt nicht nur deine maus weißt du? nein nicht besonders naja war ein versuch wert ne ja seh ich genauso also ne ich hatte hier vor so ein bisschen jetzt hier mal zu begradigen hier dass es ein bisschen besser aussieht nein das wollte ich da nicht setzen Gott ich hab ja genügend Sand also können wir ja hier auch rangehen an die kacke hier geh du mal ran mein Freund geh auch auch wenn hier jetzt Erde ist das ist mir egal ich mach das jetzt einfach hier drüber zack 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 so schnell geht das Leute wo ist das eine Erde hin das ist eine Erde nein das eine Erde ja das eine Erde das eine Stück oder die 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 Stück das ist mein Deutsch ja also lass meine Deutsche in Ruhe lass meine Deutsche ok bisschen beknackt aber ok bisschen also wirklich geht ja mal gar nicht hier ist es eigentlich rechtsextrem zu sein rechtsextrem zu sein ist es rechtsextrem zu sein keine Ahnung verstehst du den nicht rechtsextrem achso 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 ja ist aber gut ne nein sag der war gut oder ich bin nicht in die Gaskammer ja kannst du aber versuchen ne hahaha du da fackel ich nicht lange da wird direkt angezogen da fackel ich nicht lange du fackel du fuck mich am stück was fuck auch also wirklich du hast du noch äh koppelschlappen nein doch warte zwei stück nur ja hier ich wusste dass es mehr sind woher wohl haha weil ich dir immer die passen Anzahl an Schlappen und sowas gebe ja und nie viel zu viel meistens ne meistens ne so 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 Tunnel weiter bearbeiten B A Gott ja ja ich bin ja hier da ist die Katze schon wieder komm her du Katze Katzen ja nein ich bin ja kein Katzentöter du du ich bin ja nicht das Marker was jetzt nicht das Marker das Marker HD ich kenne nur das Mirka LP ok ich bin ja das Marker so ein komischer Typ da ich sag mir jetzt entschuldige komischer Typ aber hier Freund von Kommanderkrieger oder soweit ich weiß Exfreund oder was weiß ich ich weiß nicht genau was da los ist bei denen die mögen den wohl alle nicht mehr keine Ahnung boah sieht das chillig aus chillig ja was sieht den Chili aus naja ich weiß nicht ob das klappt ich hab Shaders drin ne warte Achtung ich dir fähig mal guck mal oh ja das sieht irgendwie interessant aus ja aber hier müsste mehr Licht rein sonst spawnen hier alles Monster naja ist ja aus ist ja aus und ich bin gerade am bauen deswegen sind wir auch äh soll ich dir mal was sagen wir sollten die Folge mal glaube ich ein bisschen unterbrechen wie viel haben wir 42 ja dann lass ich jetzt direkt werden gut ähm das war wieder mal Folge 91 Freunde von Minecraft Together für euch wir machen ja wie gesagt das jetzt nach jeder Folge dass wir uns verabschieden das tun wir jetzt ne Tommy mach mal so genau das tun wir jetzt weil wir das wieder mal ein paar Minuten drüber sind aber naja gut was solls wieviel Minuten sind wir ungefähr drüber zweieinhalb so geht ja noch so ähm ja das war's soweit von mir man sieht's in der nächsten Folge bis dahin ciao ja das war's auch von mir äh wie gesagt man sieht's in der nächsten Folge tschö Tommy hast du noch was zu sagen ich bin gerade erst gekommen also nö du bist gerade erst gekommen boah du Sau ja so ich lass mir Zeit sorry und dass ihr wissen wollt warum Tommy gekommen ist und warum er ist jetzt schaltet doch das nächste Mal wieder ein in Folge 92 genau Tschüss.